Let's play together GTA 5 Let's play together 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 Der junge Zocker ist hier. Oh, Drehkreuz am Start. Was, Aufzug? Kann ich mit dem Ding fahren? Aufzug, geh auf. Reise, Panzersteil. So, jetzt sind wir in den berühmten Katakomben. Da unten. Hocken auch gerne mal Drogenabhängige Leute. Und mit der Metro müsste ich eigentlich fahren können. Ah, scheiße. Geh mal Abfahrt da rein. Oh, komm schon. Oh, oh, what the hell? Okay, die Bullen sind jetzt plötzlich weg. Komisch. Stehenbleiben! Bam! Bam! Hier kann man wirklich die Leute gerade umliegen, Mann. Keine Polizei hier. Geh mal wieder hoch. Stehenbleiben! Schöne Frau. Ah, Mist. Die liegt falsch. Ah, da oben sind wieder die Bullen. Oh, wo kommen die denn her? Das Geisterbullen oder was? Oh, guck nochmal in die Kamera. Moin, moin. Außer Gefecht. Scheiße. Komm, wiederbeleben und dann geht's ab. Oh, die Bullen sind aber schon stärker als in GTA 4. Muss man schon sagen. Die sind auch besser bewaffnet, finde ich, irgendwie. Ja, einfach die gleich mal hier im G. Bei GTA 4 sind die mit ihrer 9mm-Glocke gekommen. Oh, jetzt muss ich bestimmt was bezahlen. 3.000. 5.000 Dollar! Das ist ja ein Unding. Was kostet mich was hier, wenn ich einmal tot bin? Brauche ich erstmal eine neue Karre. Das ist schon mal sicher. Ich will nämlich mitten in Hollywood, da brauche ich eine Karre, wo ich angeben kann. Oh, was ist denn das hier? So ein Franzosen-Coucheaux-Fahrzeug oder irgendwas. Das nehmen wir mal. Das sieht gut aus. Denn wir cruisen. Wow. Leute haben ja Schotter ohne Ende, Mann. Na, ist das Fahrzeug? Was haben wir da? Und so wie Portola Trif. Da geh mal rein. Ach, scheiße. Kann ich dich auch verprügeln? Hallo. Gib mir dein Geld. Ah, scheiße. Ich kann die Waffe nicht zücken. Naja, da hilft nur eins, Leute. Sniper raus. Gute Nacht. Alter. Gib schon. Headshot. Jetzt bin ich da drin. Überfall. Geld her. Komme ich da nicht in die Money? Ich will an das Money ran. Ach, scheiße. Alles gepanzert. Oh, da ist auch noch einer. Oh, nee. Das ist ja so eine Puppe. Ach, Mist. Die Bullen sind auch überall. Echt, das gibt's doch gar nicht. Na, warte. Fress Blei. Komm, jetzt machen wir mal einen fetten Headshot. Dü, 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 dü. Oh, scheiße, Mann. Die zimpern nicht lange hier. Oh, scheiße, Mann. Die zimpern nicht lange hier. Ach. Tolle Eskalation hier. Oh, geil. Ferrari, oder was das ist. Nee, ein Audi A8 oder irgendwas. San Andreas. Yo. Gute Nacht. Stirb. Uah. Scheiße. Totalschaden. Naja, ist eh geklaut. Rockford Hills. Da, wo die reichen Bonzen wohnen. Kommen wir mal ein paar Bonzen an. Oh. Ups, sorry. Tut mal leid. Oh, Mann. Mal ein paar Bonzen abnallen. So. Stopp. Stehen bleiben. Oh, Mist. Aussichtslos Situation. Jetzt muss ich Selbstmord begehen. Wie mach ich das am besten? Trinkt mich hier selbst. Oh, geht gar nicht. Oh, scheiße. Nein. Tod. Leute. Das gibt's gar nicht. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Games. Komm auf der Playstation 3. GTA 5 ist wie Porno. Das stimmt. Das muss ich recht geben. Da ist sehr viel Porno drin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und see you later alligator. später.